Wir grüßen euch vom blauen und vom gelben Strahl. Auch vom weißen und auch rosa ist anwesend, wünschen euch einen schönen Tag und bitten euch, eure Fragen an uns zu richten, damit wir euch dienen können. Wir freuen uns auch wieder hier zu sein und grüßen euch. Und haben heute Fragen zu den Viren. Nachdem wir letztes Mal von den Bakterien gesprochen haben, wollen wir uns heute den Viren widmen. Welche Aufgabe haben die Viren hier auf diesem Planeten? Ist es uns gestattet, zunächst einmal ein Bild dieser Spezies zu zeichnen? Selbstverständlich. Einen Moment bitte. Wenn ihr euch vergegenwärtigt, dass Bakterien stets Kolonien darstellen, es bedeutet, dass sie im Verbund miteinander agieren, dass sie in kommunikativem Austausch untereinander sind und organische Wesen sind. Wir haben euch mitgeteilt, dass es Vertreter vieler verschiedener Körperformen gibt, auch platonischer Körperformen der Viren, die alle Körperformen, bestimmte Viren ausprägen, die dann entsprechend euer Muster, der Glaubenssätze, der Emotionen, eurer feinstofflichen Felder und eurer physischen Vorgänge, entsprechend der platonischen Körper und anderer Körperformen einstehen und dafür stehen und einzusetzen sind und dafür einfach ins Leben gekommen sind, um diesen Formen zu dienen, zu folgen und auszugleichen. Wenn ihr euch das noch einmal als kollektives Miteinander, als eine Gesellschaft, die wimmelnd miteinander im Kontakt ist, vorstellt, so stellt euch das Virus so vor, dass es ein Imperialist ist, ein eigenständiges Wesen mit einer starken Ich-Vorstellung und einer isolierenden Energie, einen Machtanspruch besitzt. Es ist eine starke metallische Bewusstseinsenergie, die einer Form folgt, die energetisch einem 4-Stern, einem 7-Stern, einem 36-Stern folgen kann und verschiedene andere Mutationen entwickeln kann, um die Ich-Präsenz zu erhalten. Es sind Wesenheiten mit einem starken Anspruch an Machtübernahme, an Raumgreifung und an einer Vorstellung der letztendlich des Sieges, des Gewinnes und der Alleinherrschaft, so dass ihr stets damit rechnen müsst, dominiert werden zu wollen, dass ihr damit rechnen müsst, dass ein Krieg angezettelt wird und dass ihr in jedem Fall eine starke Position in euch aufnehmen müsst, um zu sagen, nein, das ist keine Option für meinen Körper, das ist keine Option für mein Leben. Mein Leben ist mild und ein kollektives Miteinander und ein freundliches, das um Harmonie und Ausgleich bemüht ist. Doch diese Wand muss stark sein. Eine virale Ergreifung entsteht stets dann in eurem Leben, wenn es dazu eine Resonanz gibt. Wenn ihr in der Tat gefordert seid, euch einem starken, übergreifenden Angreifer zu stellen und eure Meisterschaft unter Beweis zu stellen. Wenn ihr dazu in der Situation seid, noch dazu in der Situation seid, geschwächt zu sein und eure kollektive Geschmeidigkeit als eine Front nicht einsetzen könnt, so seid ihr, wenn ihr löchrig seid in eurer Aura beispielsweise, wenn ihr unter Giften steht wie Drogen, wie Rauch, Alkohol und anderen chemischen Substanzen wie Medikamente und anderen Pestiziden beispielsweise, so seid ihr geschwächt und seid leicht im Sturm zu übernehmen. Dann seid ihr freilich vor Viren gefeit. Im Prinzip und eigentlich sind Viren eine Erfindung der Moderne. Denn es ist keine Erfindung im eigentlichen Sinn. Es sind Wesenheiten, die ihr als extraterrestische Wesenheiten bezeichnen könnt, die es überall gibt im Kosmos, die es überall auf allen Planeten gibt, überall existieren, auch frei im Raum, ohne einen Heimatplaneten oder ein Gefährt, auf den sie kommen müssten. Es sind Wesenheiten, die gerne mit ihrem Sein einen Fahnenmasten aufstellen wollen und sagen wollen, hier ist jetzt mein Reich. Freilich Parasiten, denn sie erschaffen sich nur in der feindlichen Übernahme, in der Vernichtung und Niederstreckung des Umraums ein eigenes Reich. So, dass ihr in der Zeit, in der eine Organisation in Harmonie auf einem Planeten bestand, wo eine natürliche Ordnung bestand, sich Menschen natürlich ernährten und der Mensch noch nicht eingriff auf diese Weise, virale Feldzüge sehr gering gewesen sind und vielleicht Zeitqualitäten unterworfen waren. Und auch dort sind es andere epidemische, herausragende Erfahrungen für die Menschheit gewesen, beispielsweise eine plötzliche, explosive Entfaltung von Insekten oder anderen Wesenheiten, die dann raumgreifende Übernahmen vorgenommen haben. Doch virale Übergriffe sind aus einer Zeit, die begonnen haben, als der Mensch begonnen hat, außerhalb des natürlichen Rahmens zu leben, ganz besonders seit dem Zeitalter der Industrialisierung. So habt ihr für euch versucht, diesen Viren beizukommen, indem ihr Giftstoffe entwickeln wollt oder indem ihr vortäuschen wollt, hier sitzt schon so ein Feind in diesem Körper, hat schon eine feindliche Übernahme stattgefunden. Das ist schlau. Ihr nennt es Impfen. Ihr habt in den Körpern diese Information hineingegeben, eine virale Infektion läge vor oder sei schon vorgelegen, sodass der Körper ausstrahlt, mit dir bin ich fertig geworden oder ausstrahlt, hier gibt es kein neues Territorium zu erschaffen, denn hier bist du schon zu Hause und eine aggressive Gewaltenübernahme findet nicht statt. Es ist ein einfaches Modell, das auf einer anderen Ebene der Körperorganisation allerdings zu starken anderen Reaktionen hervorruft, beispielsweise zu einer Vermehrung der Bakterien, Mutationen und Bildungen, denn Bakterien, wie ihr es schon gehört habt, sind dafür da, Harmonisierungen herbeizubringen, hervorzurufen, sodass Impfungen stets bakterielle Veränderungen im Körpersystem hervorbringen, aber eine Bastion gegen virale Übergriffe sind, sodass ihr das eine mit dem anderen verursacht und in jedem Fall eine Schieflage besteht. Idealerweise habt ihr eine Haltung diesen Wesenheiten gegenüber, indem ihr sagt Nein. Nein, hier ist kein Platz für Streit, nein, hier ist kein Platz für Zwist und kein Platz für Macht und kein Platz für Opfergedanken. Das bedeutet, dass ihr in eurem gesamten Alltag diese Haltung braucht, in allen Lebenszusammenhängen. Ob ihr nun beruflich, in der Situation seid, innerhalb des Kollegenteams oder eurer beruflichen Zusammenhänge euch ausgeschlossen oder gemobbt zu fühlen oder auf irgendeine Weise euch feindlichen Angriffen ausgesetzt fühlt, ob ihr es in euren Beziehungen so empfindet oder überhaupt ein Weltbild habt, das euch das Fürchten lehrt, weil ihr euch bedroht fühlt vom Krieg, von allen möglichen Dingen auf der Welt, so seid ihr stets gefährdet, ein Virusempfänger zu sein. Das ist zunächst einmal das, was für die Menschheit und für den gesamten Planeten grundsätzlich etwas Wichtiges darstellt. Wie ihr vielleicht wisst, sind besonders Menschen viralen Übergriffen ausgesetzt. Weniger gibt es Epidemien unter den Tieren, es sei denn, es sind Zuchttiere, die von Menschen gezüchtet und gehalten werden und unter den menschlichen Vorstellungen ein Leben führen müssen. Denn virale Übergriffe finden stets dort statt, wo es eine mentale Voraussetzung gibt, so wie wir es eben beschrieben haben. mentale Voraussetzungen im Sinne des Opferdenkens und der Angst und der Vermeidungsstrukturen. So seid ihr also überall dort, wo ihr zu mental vorgeht, vor Viren bedroht. Ihr habt weniger diese Bedrohung, wenn ihr eingebunden seid in euren Umraum, wie wir es schon erwähnt haben, so dass ihr daraus auch leicht schließen könnt, dass Pflanzen und Tiere kaum Virenbefall erleben, es sei denn, sie sind von menschlichen Überlegungen und Abwehrstrategien gelenkt und beeinflusst, so dass dann auch dort der Virus ein leichtes hat, das Tier zu befallen und somit auch wieder ein Übergriff auf das menschliche System oder menschliche Erschaffenheiten oder Erschaffungen besteht, so dass der Virus ein Zeitalter auf dieser Erde vorfindet, wo ihr nun aus den Eingebundenheitsschuhen entwachsen seid und noch nicht in die neue Eingebundenheit der Weisheit gefunden habt und mit euren angestrengten mentalen Gebäuden in euch versucht, eine neue Welt zu erschaffen, die auf keinen Fall etwas mit Harmonie und Eingebundenheit zu tun hat und in dieser Zeit ein Virus eine gute Langeweile übrig hat, eine gute lange Zeitspanne von einigen hundert Jahren zur Verfügung hat, sich auf einem Planeten wunderbar, den ganzen Planeten als Wirt zu benutzen, sich dort wunderbar auszudehnen, zu verbreiten, zu vermehren, Bakterien als Raumschiffe zu benutzen, in welche dieses Virus Eintritt sich dort immens verbreitet, denn ein Virus ist sehr klein, winzig klein, gemessen an anderen Organismen, an Bakterien beispielsweise, so dass er leicht eindringt, sehr intelligent eindringt, auch vortäuscht, jemand anderer zu sein und vorbringen kann, in das Innere der Organisation eines Bakteriums oder darauf reist beispielsweise und sich dann schlagartig vermehrt und innerhalb von wenigen Stunden einen Organismus vernichten kann. In dieser Zeit kann sich der Virus nun gut ausbreiten in eurer Welt, um dann auch den Planeten wieder zu verlassen und sich auf einem anderen Wirtsplaneten, einer anderen Plattform ausdehnen. Ihr seid eine willfährige Gelegenheit in dieser Zeit für diese extraterrestrischen Wesen, die mit sehr metallischer Ausrichtung und einem hohen Machtanspruch die Erde derzeit benutzen wollen und sozusagen das Scheibchen Wurst auf der Scheibe Brot sein wollen. Dann habt ihr das verstanden. Ist das die Antwort auf diese Frage und habt ihr weitere Fragen oder dazu tiefergehende? Fragen sind noch nicht gekommen. Ich denke, wir haben es verstanden. Oder? Jetzt fragt der Heinz Harald, auf welcher feinstofflichen Ebene tragen die Viren Informationen für ihren Zweck und wer hat diese Viren geschaffen? So fragt ihr nach Gott mit dem zweiten Teil eurer Frage. Wer hat die Viren erschaffen? Wer hat den Menschen erschaffen oder das Tier? Wer hat all die Kreationen und Planeten erschaffen? Es sind Clusterbildungen von Formstrukturen, die mit Bewusstsein durchströmt oder beseelt, so könnt ihr es nennen, Wesenheiten darstellen, so wie es unzählige mannigfaltigste Existenzformen im Universum gibt, so sind auch das eine Art davon. Es ist keine Besonderheit, es sind Arterscheinungen wie alle anderen Bewusstseine im Kosmos. Ist das der zweite Teil der Antwort? Der zweite Teil als Antwort, nein, ist es eine Antwort auf den zweiten Teil eurer Frage? Verzeiht. Ja, danke. Der erste Teil, den ersten Teil bitten wir noch einmal zu hören. Auf welcher feinstofflichen Ebene tragen die Viren Informationen für ihren Zweck? Es ist eine Frage, die wir so nicht verstehen. Es sind Wesenheiten, Organismen, es sind keine Organismen im organischen Sinn, die Leben spenden und erschaffen. Es sind Existenzformen der metallischen Grundstrukturen, des Metallbewusstseins, so haben wir euch eingangs die Information gegeben, des Metallbewusstseins, also anorganischer Grundenergien, die erschaffen, sie erschaffen Kolonien, die nichts miteinander zu tun haben, nicht miteinander im Dialog sind, außer einzelne stählerne Machtübernahmen zu sein, sodass sie auf ihre Weise existieren auf einer Bewusstseinsebene des fünftimensionalen Bewusstseins, wenn es das ist, was ihr meint, ist das die Antwort auf eure Frage, während Bakterien eine sechstimensionale Organ, eine fünftimensionale Bewusstseinsstruktur im Körper, in den Körpern und auf den Planeten und in Pflanzen und in Tieren haben, aber eine sechstimensionale Lenkung. So sind Viren fünftimensionale Wesenheiten, die so für sich betrachtet fünftimensional wirken und sich mit einer Grundenergie und einer Grundausrichtung des Metallbewusstseins manifestieren. Ist das eine Antwort, die ihr versteht? Danke. Warum brauchen dann die Viren DNA-Fragmente? Er meint in sich selbst? Er hatte vorher gefragt, braucht es für die feinstofflichen Informationen der Viren immer DNA-Fragmente? Und jetzt auf eure letzte Frage Ja. Ja. Wenn ihr meint, sie vorzufinden, beispielsweise in Bakterien oder in Zellen von Menschen, so ist es eine so ist es der Sieg. Es ist das Endziel, sich in DNA-Strukturen einzunisten, um sich überhaupt nicht mehr mit menschlichen Worten ausgedrückt anstrengen zu müssen, sondern weiter und weiter getragen zu werden. Denn DNA-Informationen sind jene Informationen auf feinstofflicher Ebene, die ihr über die Leben hinweg immer weiter gebt. DNA-Informationen sind auch jene Informationen karmischer Erfahrungen, denn das Bewusstsein der DNA ist das, was euch als Seele ausmacht. So könnt ihr sagen, die DNA-Struktur, die Information, wir meinen nicht damit Aminosäuren, wir meinen nicht damit physisch gewordenes Gewebe, wir meinen damit oder physisch gewordene Kreation, wir meinen damit das Bewusstsein der DNA, die Speicherkapazitäten dieses Stranges, wir meinen damit alle Informationen, die ihr mit euch tragt, kollektives Bewusstsein gleichermaßen wie karmische Erfahrungen und wie das Programm das Menschsein an sich bedeutet, dass das Menschsein an sich bedeutet, so dass die DNA dann, wenn sie begleitet wird von einem sich sehr intelligent eingeschlichenen Wirinformation als ein Teil dieser DNA verdeckt so könnt ihr es nennen in einer Art Maske als Erbinformation getarnt weitergegeben wird, so dass ihr bestimmte virale Erfahrungen weitergebt, die ihr dann beispielsweise auch in euren homöopathischen Bewusstsein oder Denkweise als miasmatische Errungenschaften der Menschheit oder Belastungen der Menschheit weitertragt, so dass ihr virale Seuchen der Vergangenheit beispielsweise auch in euch weitertragen könnt, in euch aus dem Nichts heraus etwas entsteht und vor allem auch ein Bewusstsein in euch entfaltet wird, so dass das Virus sich selbst als eine Erbinformation die DNA verändernd darstellt und das Menschsein beeinträchtigt, aber sich in seiner Wesenheit auf einem Planeten für alle Zeiten mit einem Stempel hinterlassen hat. Das ist etwas, was in der Tat geschieht und immer mehr geschieht, je mehr Viren auf euren Planeten Heimat nehmen und so eine Koexistenz geschieht, die mit der Dauer zu einer sehr starken Kontaminierung führen kann, wenn ihr nicht darauf achtet, in einem Milieu miteinander zu leben, in einer sozialen Gesellschaft miteinander zu sein, die kollektiv ausgerichtet ist, die heißt nein, nur was liebevoll und harmonisch integriert werden kann, ist willkommen, nur was sich einfügt und empathisch sein kann, hat Heimat, alles andere muss woanders Platz finden, so dass ihr nur dann mit der Haltung der Integration dieser Energie dann widerstehen könnt, wenn ihr dort ganz klar seid und als Gruppe auftretet, so kann das die bakterielle Front in euch genauso tun, als eine Nein Welle auf, eine Nein Wand oder Welle aufzustehen und zu sagen, nein, du hast eine Übernahme Energie, die hier keinen Platz hat, du musst woanders deine Räume suchen, hier ist für dich keine Möglichkeit, dann seid ihr in Frieden geblieben, seid stark gewesen und habt euch auf eine sehr freundliche Weise verteidigt, das ist die Haltung, die ihr braucht im Leben, das ist die Haltung, die ihr braucht euch gegenüber und die Haltung, die ihr braucht zu eurem Gesundheitswesen und eurem Körper, so dass Viren keinen Einzug nehmen können und Bakterien nicht in Stresssituationen kommen, habt ihr das verehrte Seelen verstanden? Ja, das ist zwar nicht immer einfach, Fragen sind keine Frage. Auf diese Frage der DNA. Ja, danke. Habt ihr noch weitere Fragen oder sollen wir weiter? Da kommt noch eine. Nochmal Heinz Harald, auf der 3D-Ebene sind in der DNA nur Anweisungen für die Bildung von Proteinen enthalten. sind die 12 Stränge der DNA Voraussetzung für das DNA Bewusstsein? Das ist eine Frage, die einer eigenen Denkwelt entsprungen ist, die wir so nicht nachvollziehen können. Zunächst einmal ist eine 12-strängige DNA eine Illusion. Es ist eine Illusion dann, wenn ihr es getrennt von einer jeder anderen DNA betrachtet. Jede DNA ist genauso wie alle andere Existenz, jede Existenzform auf allen Planeten eingebunden in den mehrdimensionalen Raum, sodass sich Bewusstsein auf allen Ebenen ausdrückt. Ihr seid als Mensch in einer dreidimensionalen Existenz mit eurem physischen Bewusstsein existent, seid in einer vierdimensionalen Existenz mit eurem vierdimensionalen Bewusstsein in einem fünf und sechs und sieben und so weiter höher schwingenden Ebene mit jeweils dem höher schwingenden Bewusstsein weiterhin dieses Wesen, das ihr seid, bis ihr zur Quelle zurückgehen könnt und auch so ist es mit allen anderen Vorkommen, die ihr betrachtet, also auch mit dem Bewusstsein einer DNA und damit könnt ihr nicht alleine die DNA-Stränge, also einen links- und rechtsseitigen Strang mit Verbindungen, mit Streben, die das eine mit dem anderen verbinden, so betrachten, dass es von dort aus immer mehr Stränge gibt. Es gibt Schwingungsebenen in der gesamten Holistik, die in allen Schwingungsebenen Informationen bereithält und so, dass es zu jeder einzelnen Situation alle Ebenen der Antwort und der Existenzform gibt. Ihr könnt zu einem Gefühl, das in der DNA von einer zur anderen Seite dialogisiert wird, in allen Dimensionen eine Entsprechung finden, in dem Moment, in dem die Emotion euch bewusst wird. In dem Moment, wo sie euch bewusst wird, ist sie auf der vierten Ebene und der dritten Ebene angekommen. Fünfdimensional ist sie da, doch ihr habt sie nicht wahrgenommen. Dort ist sie sehr liebevoll, sechstimensional sehr eingebunden, siebendimensional sehr klar und strukturiert, achtdimensional in der absoluten Einheit und so weiter und nur in eurer niedrigen Schwingung, in der niedrigen Bewusstheit des vierten und dritten Kontinuums ist euch die Emotion als irgendein Gefühl bewusst. Das heißt nicht, dass es nicht auf allen Ebenen existent, die Formationsstruktur der DNA zu verstehen und eine Zwölfstrang DNA ist eine Erfindung der Menschen offensichtlich, die eine vereinfachte Darstellung von etwas ist, das es so nicht gibt. Ob wir uns verständigen konnten, ist uns nun nicht gewahr. Dennoch möchten wir auf diese Aussagen aufbauen und euch mitteilen, dass ihr innerhalb dieser mehrdimensionalen Räume eine Information mit dem Virus, einen Informationsaustausch mit dem Virus vor allem fünfdimensional leben könnt, denn dort ist eben eine starke Resonanz aufgrund der fünfdimensionalen Bewusstseinsebene dieser Kreation, was wiederum nicht heißt, dass Viren nicht auch auf allen Ebenen existent wären, als Blaupausen beispielsweise und letztendlich dann auch in einer physischen Entsprechung in euren Körpern und dort wird es als eine Protein Bewusstheit erkannt, denn die Proteine, das haben wir euch das letzte Mal in unserem letzten Dialog auf dieser Plattform vermittelt, ist so, dass Proteine als Eiweißbausteine der Ich-Struktur und der isolierenden und der dominierenden Ich-Präsenz der Dreiecksstruktur fungieren und das Menschbewusstsein ausmachen, sodass das Virus überall dort besonders greift, wo dieses proteinhafte Menschbewusstsein einen Überhang nimmt, wo eine Ich-Struktur, eine Machtstruktur, eine Gewinnerlust und eine Ausschließlichkeit vorherrscht und gleichzeitig das Opfertum dazu gehört. Das sind nicht die Opferstruktur, sondern die Dreiecksstruktur der Proteinstrukturen sind Denkweisen, Eiweißexistenzen, die mit der viralen Wesenheit im Dialog sind, im Einklang sind und somit in Resonanz. Je menschlicher ihr euch also aufstellt und euch als Krone der Schöpfung betrachten wollt und als Herrscher der Welt, desto stärker werdet ihr Hand in Hand mit Viren gehen, doch gleichzeitig leider auch deren zum Opfer fallen. Ist das etwas, was ihr sehr verehrte Seelen versteht? Es ist komplex. Ja, ich denke schon. Danke, sehr gut. Außerdem haben wir nochmal einen speziellen Abend nur für die DNA. Trupert fragt, hat der Mensch die Fähigkeit spezielle Viren zu züchten wie Ebola? Zeit verständlich. In dem Moment, wo ihr einer bestimmten Information habhaft werdet, habt ihr, wenn ihr Gentechniker seid, alle Möglichkeiten der DNA Kombinationen, innerhalb derer sich dieses Virus eingenistet hat. Ihr könnt alles mögliche zusammenzüchten, was ihr euch nur ausdenken könnt. Darin besteht keine Grenze. Die Grenze besteht lediglich im Vermögen derer, die es tun. Das ist ein breites Feld, das ohnehin betätigt wird durch das Menschengeschlecht. Danke. Viele Viren haben Laboratorien verlassen als Kreationen ihrer menschlichen Erfinder. Ja, danke, sagt Rupert. Das hat er verstanden. Grit fragt, insofern sind Viren evolutions beeinflussend. Wir werden aufgefordert, die Einheit und Gemeinsamkeit zu leben. Was können wir noch von den Viren beziehungsweise durch den Umgang mit ihnen lernen? Es ist eine intelligente Frage, wenn ihr gestattet, dass wir in diesem Fall eine Bewertung darauf legen, denn es ist die Antwort auf alles. Eine Haltung, die euch Respekt und Achtung dieser Wesenheiten gegenüberbringt, also der Viren gegenüberbringt, ist intelligent und weise, denn es ist die Erkenntnis und das Eingeständnis, dass alles, was es im Kosmos gibt, eine Existenzberechtigung hat, solange ihr miteinander seid. Wenn ihr miteinander seid, so habt ihr auf einer sehr harmonischen und friedlichen Ebene einen Dialog und einen Kontakt, vor allem mit euch selbst, vor allem mit eurem Bakterienniveau, seid ohnehin geschützt vor feindlichen Übergriffen, seid nicht geschwächt und es wird nicht zu einer radikalen Niederstreckung eurer Körpersysteme kommen. Wenn ihr also diese Erlaubnis der Existenzen der Viren in euch tragt und keine Kampfansage gegen etwas nach außen gebt und auch in die Handlung bringt, werdet ihr ohnehin maximal geschützt sein. Schlimm ist es dort, wo ihr einen Krieg anzettelt und wo das eine Ich dem anderen Ich den Gar ausmachen möchte, sodass ihr in der medizinischen Landschaft vor allem diesen Kampf der Zeit erleben und beobachten könnt. Wenn ihr also gelassen bleibt und euch bewusst seid, dass diese Viren existieren, so habt ihr die maximale Weisheit erreicht und seid unheilbar gesund und unheilbar in der sinnvollen Abwehr von zu viel Übergriff in allen Dingen in eurem Leben. Ihr werdet stets bewusst und präsent sein in eurem Leben, Friede ausstrahlen und es wird keine Übergriffe geben. Der friedliche Mensch ist frei von viralen Übergriffen. Und so könnt ihr lernen, dass die Evolution in euch keine dramatische Situation darstellt, denn seht, wenn ihr diesen Planeten einstmals verlasst als Kollektiv, als Menschheit, weil ihr dort eure Aufgabe, die euch gestellt wurde, erfüllt habt, das Ende der Erkenntnis dort angekommen seid, werdet ihr auf andere Planeten inkarnieren. Ihr werdet woanders eingesetzt werden, entweder wieder in einem langen Zyklus, in jedem Fall ist es mit dem Sonnensystem, in dem ihr seid dann vorbei, dann ist der letzte Planet in diesem Sonnensystem, den ihr zu beleben hattet, zu bewohnen hattet und zu integrieren und ihr seid dann in einem neuen Sonnensystem. Entweder ihr trefft euch wieder dort in Kollektiven, in einer friedlichen Einheit oder oder seid dann als einzelne Individuen, als Helfer Inkarnationen auf anderen Planeten, um diese Wege, die ihr jetzt gegangen seid, dort mit zu unterstützen und den Menschen im Sinne der Aufstiegs, wie ihr es nennt, Aufstiegsbemühungen oder der Meisterung ihrer Existenzen dort eine Hilfe zu sein, so wie auch jetzt sehr viele dieser Wesen hier sind, um das hier zu tun. Und wenn ihr dann eine Informationsintegration von viralen Informationen in euch tragt, werdet ihr eben entsprechend dieser Geninformationen dorthin oder hierhin gebracht werden. Wenn ihr andere Genstrukturen habt, kommt ihr zu anderen Planeten und anderen Aufgaben, die Bewertung ist es, die ihr darauf gebt, die euch Angst macht. Ihr braucht gar nichts zu fürchten. Bleibt entspannt und gesund. Danke. Ist das die Antwort auf diese Frage? Das war die Antwort. Ich glaube, das zweite schreibt dann noch, ob ein Virus für den Menschen tödlich ist, hängt also vom inneren Zustand des Menschen hinsichtlich innerer Harmonie und Mitgefühl und so weiter ab. Fragezeichen und von der Weitschaft sich selbst für sich einzusetzen. Sich für sich selbst einzusetzen. Ja. Danke, sagt Prit. Solange ihr keine weiteren Fragen doch. Okay. Ihr seid dran. Solange ihr also Herdenvieh seid und euch nicht für euch selbst einsetzt, worum wir so viel werben, wir bitten euch stets, all die Monate und Jahre, geht euren Weg, geht den Weg des Herzens, geht den Weg der eigenen Kraft, entfaltet euch dorthin, wohin es euch zieht und so weiter, dann seid ihr ein stabiler Mensch, dann seid ihr tragfähig für eine neue Gesellschaft und so weiter und so weiter, spiegelt sich auch wieder in dieser neuen Reihe, die ihr hier, mit der ihr uns hier befragt, zum Thema der bakteriellen und viralen Informationen. Wenn ihr also diesen Weg geht, so seid ihr stark, denn ihr setzt euch ein für euch, ihr sagt nein zum Herdenvieh, ihr sagt nein zur feindlichen Übernahme, ihr sagt nein ausgesogen zu sein und so weiter und geht in der Kraft euren eigenen Weg, in Harmonie mit euch, in einem bakteriellen Milieu, das euch gut tut und in einer Welt, die in einem harmonischen Organismus sich gegenseitig schenkt und nicht gegenseitig ausnutzt, sodass ihr maximal gesichert seid und eine Gesellschaft entwickelt, die stabil ist und sich auf dieser Basis sehr rasch vorwärts entwickeln kann, sehr rasch weiterbilden kann und ins technische Bewusstsein einmünden kann, dass ihr in einiger Zeit ohnehin leben werdet und auf diesem Weg des technischen Bewusstseins sich das Bewusstsein der Viren stark aufpropfen kann, denn ihr seid noch nicht dort und das metallische Bewusstsein kennt die Kniffe und Winkelzüge, wie es sich aus einem organisch hingegebenen und hingegossenen Wesen über das Herdentier, in dem ihr lange nun gelebt habt, hin zu einem selbstbewussten Menschen des technischen Verständnisses einschleichen kann und das technische Verständnis, das sehr leicht verwechselt wird mit dem metallischen Bewusstsein das mit Macht und mit sicheren Grenzen zu tun hat. Grenzsicherung ist ein derzeitiges Thema, das auf dem Planeten besteht. Grenzsicherung bedeutet, nein, wir sind eine Einheit und euch wollen wir nicht und wir schützen uns und dabei wird vergessen, dass eine Sicherheit und Frieden nur im Aufheben von Grenzen bestehen kann, weil dort die Menschheit miteinander erstarkt und miteinander kraftvoll wird, denn das metallische Bewusstsein möchte sich darauf pfropfen und möchte, so wie es in den Endzeiteben eurer Fantasy-Filme sich darstellt, wo metallisches Leben, metallische Übergriffe extraterrestrischer Wesen oder metallisches Denken von Diktatoren die Menschheit auslöscht und metallische Kriege führt, so ist Metallbewusstsein, dass dann das technische Bewusstsein, wo ihr von freier Energie leben wollt, wo ihr in den weiten Raum hinaus ein Miteinander mit allen anderen planetaren Völkern leben wollt, wo ihr den Raum und Zeit überwinden wollt, im Frieden kommt und im Frieden empfandt, so wird sehr schnell in dieser Übergangsphase das verwechselt und der ungeübte Mensch, weil er nicht kollektiv friedlich grenzenlos ausgerichtet ist, diese Abgrenzungen und die technische Entwicklung eine Einladung für metallisches Bewusstsein darstellt und wir wissen nun nicht oder sehen nun nicht, ob ihr es wirklich verinnerlicht habt, was wir euch mitgeteilt haben, aber es ist sehr wesentlich zu verstehen, dass organisches Leben Grenzenlosigkeit und dadurch Stärke und Kraft bedeutet, dass metallisches Bewusstsein Ausschließung und Abgrenzung und Machtanspruch bedeutet und das technisches Bewusstsein bedeutet, Raum und Zeit zu überwinden, um interstellar im Frieden ein neu organisches Miteinander auf sehr viel höherer Ebene zu entwickeln bedeutet und jetzt seid ihr dabei zu verstehen, dass ihr Grenzen auflösen müsst, aber die Angst vor metallischem Bewusstsein und das metallische Bewusstsein überhaupt auch im Lobbyismus ist derart stark, dass die Abgrenzung nun erst recht hoch gezüchtet wird, indem ihr das Impfen forciert, indem ihr Viren und Bakterien bekämpft, indem ihr immer mehr isoliert, immer mehr DNA isoliert und seziert und informiert, sodass ihr euch maximal von den organischen Strukturen und dem organischen Bewusstsein entfernen wollt und dort ist die Übernahme von viralem Bewusstsein maximal und eine Einladung an alle diese Wesen, das ist klar. Habt ihr das verehrte Seelen verstanden? Ja, ich sage einfach mal ja, ich weiß gar nicht mehr, von wem die Frage war. Es kommen immer weiter Fragen, kommen gar nicht zum Fließticks. Also, Janik fragt, ihr habt vorhin gesagt, bei Tieren werden fast nicht befallen, außer in Verbindung zu Menschen, also zum Beispiel Zuchttiere. Wie verhält es sich dann mit Fällen, zum Beispiel der Vogelgrippe, wo viele Wildtiere befallen sind? Was ist denn dann bei diesem Licht in Harmonie? Es ist ausgegangen von menschlichen Züchtungen, von Menschen, die tausende von Tieren in engste Räume gepfercht haben und dort grauenvolle Dinge tun. Von dort aus haben sich Viren verbreitet und haben sich auf die Spezies der Vögel, die eine eigene Art von Tier darstellen, verbreitet. Es hat sich nicht in der freien Wildbahn entwickelt. ist das die Antwort auf eure Frage und versteht ihr sie? Okay, danke, sagt Janek. Ritt fragt, wird dieses Sonnensystem nicht mehr existieren, wenn alle Menschen die Erde als Einheit verlassen? Verschwindet es sozusagen aus der materiellen Dimension? Das ist eine niedliche Frage, denn ein Zug verschwindet auch nicht, wenn die Insassen ausgestiegen sind. Das Menschsein ist eine Form von Existenz in diesem großen Rund. Oder ihr könntet auch sagen, wenn alle Menschen zwischen 60 und 70 aus einem Zug ausgestiegen sind, wird der Zug nicht von der Bildfläche verschwinden. Es wird auch weiterhin Pflanzen geben, Tiere, neue Lebensformen, neue Wesen, die sich vielleicht auch als Menschen bezeichnen, wahrscheinlich nicht. Es wird eine neue Gattung geben, neue Stätien und so weiter. Und der Zug wird bleiben. Ist das okay für dich? Okay, klingt gut, danke. Im Moment sind keine Fragen da, also wenn es nochmal ein bisschen Fließtext gibt, das wäre sehr schön. Selbstverständlich sind alle Existenzen in einem Kommen und Gehen, in einem Modus des Kommen und Gehen. Eine Sonne entsteht und verlischt ein Planet, der in Abhängigkeit dieser Fixsterne sein Leben lebt, so könnt ihr es nennen, kommt und geht. Die Sonne ist der Takt, jede Sonne ist der Taktgeber ihres Umfeldes, so dass Planeten und Monde nur so lange existieren können, solange die Fixsterne ihre großen Götter im Mittelpunkt existieren und wenn ein Stern verlischt, so ist auch ein Planet nicht mehr das, was er war und so gibt es stets Wandel. das einzig beständige ist der Wandel. Doch Neues entsteht, das dann wieder eine Entwicklungs, Entfaltungs- und Niedergangszeit hat, so wie alle Dinge, alle Haare an euren Köpfen beginnen zu wachsen, gehen, werden lang, fallen aus und neue kommen. Es ist ein Kommen und Gehen und es gibt keine Stars in einem Universum. Nicht einmal ein Universum hat eine endlose Bestandszeit. Ich nehme noch mal eine Frage aus dem Please-Text. Haben wir fast alles schon beantwortet. Welche Erdeninformationen oder wie vermehrt sich der Virus? Ja, wie vermehrt sich der Virus ist Ein Virus vermehrt sich, indem er stets einen Wirt benötigt, wo er ganz klitzeklein und winzig fast unauffällig einbringen kann, sich dort in rascher Windeseile verhundertfacht und dann oder sich noch stärker vermehrt und dann diesen Wirt platzen zu lassen und dann wie Samen einer Pflanze in die Weite zu gehen und jeder einzelne Virus dann wieder das gleiche Spiel dort vollzieht. Der Rupert hatte noch eine Frage gestellt, in welches Bewusstsein kann man denn die KI einordnen? Ich weiß nicht, was er damit meint. KI? Künstliche Intelligenz, okay. Noch einmal die Frage bitte. In welches Bewusstsein kann man die künstliche Intelligenz einordnen? Es ist eine Frage, die wir nicht verstehen. In welches Bewusstsein ihr künstliche Intelligenz einordnen könnt. Bewusstsein und Intelligenz sind künstliche Intelligenz zwei nicht zu verbindende Elemente. Es ist eine Ihr vergleicht Äpfel mit Birnen dein Bewusstsein ist eine kosmische Bewusstsein ist der Hauch einer Existenz aller Existenzen die sich in irgendeiner Form darstellen manifestieren zeigen als Organismen als Existenz Formen künstlich erschaffene Intelligenz durch Menschen wenn ihr das meint ist eine noch einmal bitte Roboter meint er ist eine Dynamik die entsteht aufgrund der Programmierung von Menschen die dann zu einer derartig starken Eigendynamik führt dass Handlungen vollzogen werden oder rechnerische Ergebnisse entstehen die dann im Schaltkreis bestimmte Reaktionen hervorrufen die zu fatalen Folgen führen können doch ohne jede Bewusstheit ohne jedes Bewusstsein es sind Rechenvorgänge die komplex sind und starke Auswirkungen haben aber unbeseelt wenn ihr das Wort der Seele wählt so habt ihr ein Verständnis von Bewusstsein ist das die Antwort die euch erreicht und hat uns eure Frage erreicht haben wir eure Frage richtig verstanden ja danke ja danke und Heinz Harald fragt nochmal was zum Impfen ich denke es ist schon gesagt worden vielleicht ist es nicht ganz durchgekommen was sind die Ursachen für die schädlichen Wirkungen von Impfungen und werden diese bewusst eingesetzt wir würden diese Frage gerne sofort beantworten und bitten darum noch einen Satz zur vorhergehenden Antwort der Frage anzuschließen Ein Bewusstsein ist immer darauf ausgerichtet und darauf aufgebaut für Ausgleich zu sorgen Bewusstsein beispielsweise bakterielles Leben beispielsweise karmische Abläufe beispielsweise organische Abläufe wie ein natürlich die Natur der Jahreszeiten und so weiter ist stets darauf ausgerichtet für Ausgleich zu sorgen von der einen zur anderen Seite zu gehen oder Strukturen zu harmonisieren und letztendlich ist Bewusstsein immer in harmonischer Einheit nur der Moment auf den ihr blickt ist vielleicht keine Harmonie zeigt vielleicht keine Harmonie Bewusstsein das beispielsweise einen Krieg lebt ist auch letztendlich nichts anderes als ein Symptom eines vorangegangenen anderen Krieges so dass einmal die westliche Welt die östliche unterjochte und irgendwann einmal die östliche die westliche Welt unterjocht und so weiter nur der Moment den ihr betrachtet und daher ist es klug stets aufs Ganze und auf lange Entwicklungen zu blicken ist manchmal vielleicht nicht der ideale Moment und der schmerzhafte für den Einzelnen Doch Bewusstheit und Bewusstsein ist ganzheitlich und steht stets nach Ausgleich und zeigt immer eine Momentaufnahme eines ganzen Seins Künstliche Intelligenz ist eine Dynamik die keine automatische Selbstregelung besitzt die eine rechnerische Wenn-Dann-Bedingung bedeutet die entarten kann die wie ein Regelkreis funktionieren kann vielleicht der sich irgendwann erschöpft um wieder zur Quelle zurückzukehren oder in ein Extrem geht und von dort aus neue Berechnungen braucht Künstliche Intelligenz ist keine Einheit die einen selbst regulativ in sich auf eine bewusste kosmische Weise vornimmt und daher kann sie für den Menschen gefährlich sein wenn sie entartet und zu Reaktionen führen kann die eben nichts mit Bewusstheit und mit Innehalten und mit Besinnung zu tun haben kann denn nur das kann ein Bewusstsein tun das dann auch vielleicht zu einem Regulativ führt auch wenn es sich vielleicht über viele Leben hinweg erstreckt Intelligenz die künstlich erschaffen wird hat nicht dieses Regulativ denn dieser Intelligenz fehlt genau dieses Seelenbewusstsein des Ausgleichs und der großen Harmonie das wäre uns noch wichtig anzufügen und nun bitte noch einmal die Frage der nächsten Person an uns zu richten Hans Herrad fragt was sind die Ursachen für die schädlichen Wirkungen von Impfungen und werden diese bewusst eingesetzt ihr meint von Zeiten der Erfinder denke mal ja die Impfstoffe enthalten giftige Substanzen Bleiverbindung also Impfung als Trojaner für andere Zwecke oder sowas ähnliches Wir wollen nicht außer Acht lassen dass es experimentelle Impfereien gibt wir wollen nicht außer Acht lassen dass damit das Menschsein manipuliert wird und wollen dennoch um innerhalb dieses Themas zu antworten beteilen dass auch virale Impfungen also die Information eines Virus sehr häufig auch eine synthetische Informationsstruktur besitzt die nicht unbedingt dieses Virus an sich impft sondern die Informationsstruktur die dem Virus zugrunde liegt also Cluster und das ist beispielsweise schon wieder eine künstliche Geschichte die keine Regulation besitzt und wenn Cluster zusammengefügt werden so hat der Mensch noch nicht den Überblick der Wirkweisen innerhalb eines Körpers mit Cluster meinen wir platonische Körperformen die geknüpft sind an verschiedene Grundmaterialien Gleitstoffe Bewegungs unterstützende Stoffe Informationsaufspalter und so weiter die einem Impfstoff beigegeben werden dass er auch wirklich seine Wirkung ausbreitet auch wirklich die Information dorthin gelangt aufplatzt wenn ihr so wollt sodass diese Begleitstoffe auch bestimmten Körper Clustern entspricht die dann wiederum im Körper fatale Dinge anrichten können und den Körper irritieren und zu alarmierenden oder alarmierten Reaktionen führen Der Körper eines geimpften Organismus reagiert auf all das was in dieser Impfsubstanz zusammen gewürfelt ist zusammen kommt und nicht nur auf die Information des Virus es ist eine Reaktion die der Körper zeigt oder aufbringen muss sodass Clusterbildungen immer gefährliche Kettenreaktionen hervorbringen und Menschen noch nicht erkannt haben welche Bedeutung die Information von platonischen Körpern hat sodass sehr unbewusst und gefährlich für menschliche Organismen damit operiert wird habt ihr das verstanden ist das die Antwort auf eure Frage Kettenreaktion sind nicht erforscht denn die Ursache der Cluster ist nicht erkannt oder die Cluster als Ursache ist nicht erkannt habt ihr das verstanden ja danke sagt Herr Sert weitere Fragen liegen gerade nicht vor doch da fand noch und auch das Bewusstsein dass der Mensch und der Hintergrund der Lobbyträger oder die gesamte Blase astrale Blase einer Impf Erfindung trägt also die metallisch das metallische Bewusstsein dieser astralen Blase ist bedeutsam denn sie wird mitgeimpft und wird als ein Kampfbereitschaftsapparat in den Menschen etabliert ein geimpfter Mensch ist ein Kämpfer ist ein rechtzeitig ausgerichteter Mensch der sich gerne dem der sich gerne dort anschließt wo das rechtzeitige gelebt und propagiert wird wo Grenzziehungen propagiert werden wo ich isolierte Vorstellungen gelebt werden und gleichzeitig wird er in die Situation gebracht zu zeigen ich war schon einmal Opfer Okay Britta erinnert mich noch mal daran eine Frage zu stellen aus dem Text aus dem Ausschreibungstext obwohl sie nicht zu den Lebewesen gehören die Viren tragen sie Erbinformationen die ausschließlich durch einen Wirk verbreitet werden welche Erbinformationen sollen das sein die Information des metallischen Bewusstseins die Information so zu sein wie das Virus die Information dessen was wir euch eben mitgeteilt haben und gleichzeitig auch bestimmte Verhaltensweisen ausschalten beispielsweise bei einem starken Virenbefall oder bei Tod durch Virenbefall wird das bakterielle Bewusstsein besiegt erlarmt das bakterielle Bewusstsein ein Mensch kommt wieder als Kämpfer in das Leben kommt wieder als ein als ein metallischer Kämpfer und ist sozusagen als Spartakus ins Leben gekommen und muss neu lernen dass wir das Bakterienbewusstsein das kollektive Bewusstsein das Nicht-Eiweiß Bewusstsein zu leben das sind keine weiteren Fragen da und wir haben noch etwas Zeit vielleicht noch für wesentliche Sachen für wesentliche Aussagen was einschenken nehmen Merci Merci Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe euch mitgeteilt, dass ein Virusbewusstsein dem Eiweißbewusstsein sehr ähnlich ist, auf eine aber sehr viel machtvollere Weise. Ihr seid als Mensch, auch wenn das Virus nicht wahrzunehmen ist für euch, so sehr als Mensch in der Minderzahl und in der unterlegenen Position, dass ihr das gesamte Bakterienbewusstsein braucht, das euch schätzt. Wenn ihr aber in einem Ichbewusstsein seid und glaubt, den Kampf aufnehmen zu können und glaubt, ein eiweißstarker Krieger zu sein und sagt, nein, hier ist mein Schwert und ich kämpfe gegen dich, werdet ihr euch sehr schnell umsehen, wie das Virus lachend sich in eurem Haus vor euren Augen vermehrt und euch zeigen wird, wer der Stärkere ist. Ein Machtdenken ist durch das Virus, wenn es über die DNA-Wege weitergegeben wird, dem Eiweißdenker sehr willkommen. Denn es unterstützt sein Denken und immer machtvollere und kämpferischere und metallischere Vorstellungen von Besitz und von territorialem Denken werden entstehen. Diese Situation entsteht vor allem dann, wenn ihr den Kampf aufnehmt und sehr viel Energie in dieses Hin- und Hergezerre zwischen den Viren und den Menschen erlaubt. Das entsteht vor allem dann, wenn ihr bewusst den Kampf ansagt. Wenn ihr, so wie wir es eingangs mitgeteilt haben, auf diese sehr kollektive, friedliche, aber klare und zusammenstehende Weise eine Welle aufbaut, die sagt, nein, hier hast du einfach keinen Raum, sicher gibt es woanders für dich einen besseren Platz. So seid ihr immer in eurem Zusammenstehen, in eurer Kraft und nicht in der Situation, dass in eurem Haus diese Vermehrung stattfinden kann. Wenn ihr also über die DNA den Kampf weitergebt, über das Menschbewusstsein, über das Eiweißbewusstsein, so werdet ihr eine Welt der Endzeit-Epen schaffen, die dann zur Realität werden. Wenn ihr in euch und in euren sozialen Verhaltensweisen übt, kollektiv und friedlich miteinander aufgestellt zu sein, werdet ihr eine Welt erschaffen, die für alle einen Raum hat, für alle die einen Raum hat, die friedlich, gesinnt sind und grenzenlos, kollektiv zueinander stehen. Das ist die soziale Komponente, die auch eine soziale Auswirkung auf das Leben hat, je nachdem, was ihr erlaubt. Geimpfte Menschen und Menschen, die mit Virus kämpfen, ihre Leben verbringen, werden ganz klar für eine Langeweile dem metallischen Bewusstsein unterlegen sein und mitgerissen werden, Krieger sein und Kämpfer sein. Dafür braucht es auf eurem Planeten auch noch Existenzterritorien, wo das gelebt werden kann. So wie ihr es jetzt im Nahen und Mittleren Osten erlebt, wo es diese oder in Afrika erlebt und auch im südlichen Teil Amerikas erlebt. So dass ihr diese Territorien, diese Hotspots, wie ihr sie nennt, noch braucht, um dort mit Teilbewusstsein ausagieren zu können. Bis irgendwann einmal diese Wesen sehen, dass in ihrem blinden Kampf währenddessen auf dem überwiegenden Großraum der Welt friedliches, grenzenloses Miteinander entstanden ist. Ein Leben des Friedens und des Schutzes der Tiere, der Fauna und Flora, der Arten und des Menschen. Und dass sie die Letzten sind, die noch in Grenzen denken. Die Letzten sind, die sich dort noch verteidigen und dort noch kämpferisches Denken brauchen und erschöpft sind. Und dann, wenn es erkannt wird und der Weg zurückgegangen werden kann, wird auch das Virus vom Planeten verschwinden, denn dann gibt es keinen Raum mehr dafür. Da habt ihr noch ein paar Inkarnationen. So, jetzt haben wir noch etwas Zeit. Jetzt stelle ich das noch. Es gibt Formen, die mit einer Art acht Beinen an hochgewachsenen Spinnen erinnern. Und die Grundform der Viruskapseln bildet die Form des Ikosaedas, die als platonischer Körper für das Äther-Element steht und alle Lebensformen hervorbringt. Es sind unbesiegbare Viren, die niemals besiegt werden können, denn aufgrund der Ikosaeder-Form sind sie in der Lage, jede Clusterisierung, jede Clusterbildung, jede Ausweichen, jede Neuformation aus dem Ärmel zu schütteln und sind mit ihren Kontaktbeinen, wenn ihr so wollt, mit den Kontaktaufnahmen, auch so gestaltet, dass das Achteck ist eine Form, die grundsätzlich nicht besiegbar ist und sich in allen Richtungen orientieren kann, in alle Richtungen bewegen und aufstellen kann und auch noch nach innen einen sehr stabilen inneren Zusammenhalt bildet. Ein achteckiger Raum ist ein unzerstörbarer Raum. Es ist auch der Raum, den das asiatische Weltbild für sich gewählt hat, um unbesiegbar zu sein, um die Macht über alles zu haben. Diese Ikosaeder-Form, die darauf aufgepfropft ist, ist gleichzeitig in der Lage, auf dieser stabilen Trutzburg, so möchten wir es nennen, eine allbeinhaltende Reaktionsform des Ikosaeders in sich zu tragen und ist insofern unbesiegbar und ist auch, wenn es der Rahmen erlaubt, in kürzester Zeit der Herrscher des Organismus, den es beleben möchte oder bedienen möchte. Und es hat mit den Wesenheiten, mit den Tieren zu tun, die ihr genannt habt. Denn es gibt Planeten, auf welchen diese Wesenheiten in dieser Form inkarniert sind. Also virale, metallische Planeten, die dann in dieser Tierform, dieser achtbeinigen Tierform, mit diesen patronischen Körpern inkarniert sind. Und in der Tat eine starke Anziehungskraft haben, für sehr viel einverleibend sind, sozusagen einverleibend agieren. Das ist wahr. Welche Viren, die wir hier auf der Erde kennen, haben diese Ikosaeder-Form? Also es ist uns nicht möglich, diese Namen, diese menschgemachten Namen zu nennen. Sie sind hier, auf diesem, mit hier meinen wir euren Planeten. Einen Moment bitte. Es gibt auf eurem Planeten eine Blaupause für diese virale Existenz. Und derzeit ist die Anzahl der bakteriellen Vorkommnisse auf dem Planeten aktiv und stark genug, um zu sagen, für diese Übernahme gibt es auf diesem Planeten keinen Platz. Wir haben einen anderen Weg. Wir haben ein anderes Ziel. Dieser Planet ist nicht dafür vorgesehen, euer Heimatplanet zu werden. Also sind sie nicht aktiviert, denn es braucht die Aktivierung der Blaupause. Und das kann dann geschehen, es wird nur dann geschehen, wenn die Menschheit sich nicht dazu entschließen kann, als kollektiv zu leben, als mich dazu entwickeln kann, in das technische Bewusstsein zu gelangen. Habt ihr das verstanden? Ja. Es ist so, wie wenn ein König, den wir nun einmal als diese Entsprechung für dieses Ikosaeder-Wesen mit den achtkantigen Basis, wenn ein König darauf wartet, wenn in einem anderen Land der andere König oder die Bevölkerung dort einmal in einem schwachen Zustand ist oder der König vielleicht nicht zu Hause ist, dieses anderen Landes, weil er auswärts in andere kriegerische Beschäftigungen involviert ist, mit einem anderen Land Krieg führt und ungünstigerweise dort ins Feld gezogen ist und so weiter, sodass er dann dieses andere Land, also der wartende König mit der achtfachen Basis, mit der achteckigen Basis, dieses verlassene Land annektiert. So könnt ihr diese Existenzform dieser achteckigen Viren betrachten. Denn wenn ein Land stark genug ist und präsent ist in seinen Alltagsausübungen, und das seid ihr derzeit noch, kann das Land nicht annektiert werden. Ist das etwas, was ihr versteht? Das war von wem die Frage? Das weiß ich gar nicht mehr. Es ist die Frage, die ihr an uns gerichtet habt. Nee, das war schon dann noch eine... Okay. Ja, anscheinend schon. Ist das die Antwort auf diese... Ja, welche Viren, die wir hier auf Erden kennen, haben diese Ederform. Aurelia, die Frage war schon mal. Jannex fragt, habe ich das richtig verstanden? Das ist nur eine Form. Gibt es noch andere Formen auf der Erde und wie viele verschiedene? Also nur zum Beispiel fünf oder unendlich viele? Es sind nicht fünf und es sind nicht unendlich, aber zählbar sind sie nicht. Das war es dann, glaube ich, auch. Okay, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Nein, es hat die Form mit der Wesenheit zu tun. Das ist noch eine Frage von Herr Gritt. Und dann ist das Letzte. Es ist der absolute Machtanspruch. Doch wir würden ungern euch in dieser Energie, in der nun die Plattform entstanden ist, entlassen aus dem Gespräch. Es gibt keine Entlassung, die wir vornehmen müssen unsererseits. Doch wenn wir aus unserer Ebene, aus unserem Bewusstsein darauf blicken, seid ihr nun in eine gewisse Starre gelangt, die Auge in Auge mit einem achteckten Monster nun nicht liebäugeln möchte. Wir würden euch gerne noch einmal zurückführen auf eure derzeitig gelebte Realität. Denn eure derzeitig gelebte Realität ist, dass ihr Wesenheiten seid, die geliebt und ausgefüllt sind von wunderbaren Wesen, die ihr Bakterien nennt. Ihr seid aufgefüllt von rosafarbenen Energien, die diese Bakterien vor allem in euch sind. Es sind Helfer in euch und um euch und mit euch, die stets in der Lage sind, Harmonie herzustellen, indem sie mutieren, sich vermehren, sich reduzieren, sich liebevoll anpassen und auch einmal ein kleines Gemetzel an der einen oder anderen Ecke in eurem Körper anrichten, ein bisschen ein Feuer des Fiebers schüren und im Großen und Ganzen sehr gut darin sind, euch zu schützen und euch zu helfen, wenn ihr sie lasst. Wenn ihr erkennt, wozu sie euch dienen, was ihr selbst in die Schieflage gebracht habt und was nun ausgeglichen wird, lasst sie also als eure Meister sein. Seid in dieser Zeit das, was ihr sein müsst. Seid schwach, wenn ihr schwach sein müsst, denn ihr überlasst die Kraft, die restliche Kraft in euch, diesen Ausgleichsbemühungen, die auch kämpferisch sind, den Fieberanstrengungen des Körpers. Legt euch hin, ruht euch aus, trinkt sehr viel Wasser, das ihr braucht, nehmt die Nahrung zu euch, nach der euch isst oder lasst sie weg, wenn euch nach gar nichts ist. Geht also nach euren Empfindungen, schlaft sehr viel und ruht, sodass ihr die Möglichkeit bietet, diesem Einsatz, dieser Einsatzarmada die Arbeit tun lassen zu können und hütet euch davor, chemische Unterstützungen in euch hineinzugeben, die diese Bemühungen erlahmen lassen, damit ihr morgens um 8 Uhr wieder in euren Büros auftauchen könnt. Es ist eine Gefährdung eures Lebens und wird langfristig dazu führen, dass die Mutationen und die Hilfsmöglichkeiten in eurem Körper verkümmern und ihr letztendlich ein willfähriges Opfer mannigfaltiger viraler Übergriffe werdet, die dann wiederum auf ähnliche Weise pariert werden sollen und so weiter. Es ist nicht die Aufgabe der Menschheit, sich durch derartige Gaben fremdbestimmen zu lassen. Die Aufgabe der Menschheit ist es, die Selbstregulationen zu erhalten beziehungsweise wiederzuerlangen und in ein friedliches Miteinander zu münden. Und das ist derzeit euer Hauptaugenmerk. Es ist das Bewusstsein, das sich ausbreitet und das sich nicht nur auf bakterieller Ebene im Körper abspielt, sondern auch auf sozialer, auf wirtschaftlicher und politischer Ebene fortsetzen sollte. Überall in eurem Leben solltet ihr erkennen, dass ihr ein integratives Miteinander, das tragfähig ist, entwickeln solltet kein ausgrenzendes, eliminierendes oder angsterfülltes Bewusstsein an den Tagleben. Seid also euren Bakteriendasein dankbar und bemüht euch, nicht ein Übermaß an eiweißreicher, tierisch eiweißreicher Nahrung zu euch zu nehmen. Dann seid ihr gesunde Wesen und seid glücklich mit euch in eurer Welt. Und Viren sind nicht immer Monster. Sie sind geschickt und schlau und sind Besucher einer Übergangsphase der menschlichen Entwicklung, die nicht von euch Besitz ergreifen muss. Wenn ihr so verfahrt, wie wir es euch vorgegeben haben, die Information vorgegeben haben, bleibt also rosa. In diesem Sinne übereignen wir euch gerne, wenn ihr es erlaubt und wünscht, verschiedene Farbqualitäten. Danke. Selbstverständlich allem voran ein gehöriges Maß an rosa, an gelb und an weiß, an blau, damit ihr trennt, was nicht mehr zu euch gehört und zu euch kommt, was ihr braucht. Ihr seid umhüllt vom Schutz des Goldes, seid verankert mit dem Rubinfarbenen Strahl und seid eine liebevolle Antenne auf diesem Weg für euren Planeten. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Wir danken euch und verabschieden uns. Wir danken auch und verabschieden uns und freuen uns auf ein weiteres Treffen in der Kürze. Die Kürze Vielen Dank.